D-Abo, 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 nur noch D-Abos, pack jetzt mal meinen Koffer, nützt ja eh nix, krieg ein D-Abo nach dem anderen, pack mal unsere ganze Kamera und das Zeug ein, und lasst uns gut sein, oder? Nein, natürlich nicht, natürlich nicht, Leute. Willkommen im letzten Video bei EHIO mit der Ausrüstung hier drin, naja, wahrscheinlich habe ich es für EHIO, nehme ich es natürlich auch noch her, aber ich kriege echt richtig viele D-Abo von euch, und ich finde es ein bisschen schade, weil ich mache mir echt viel Mühe mit meinen ganzen Elektronik-Videos, und ich finde es mega schade, dass ich mit meinen Haus-Videos, weil ich habe einfach das Haus, und ich werde darin rumbasteln, und ich kriege dann einfach so viele D-Abo, dass ich das echt, ich finde es einfach schade. Und weil ich das aber trotzdem weitermachen will mit Videos vom Haus, habe ich einen eigenen Kanal gegründet, Projekt Hexenhaus. Ihr dürft es gern dort abonnieren, ich würde mich echt richtig freuen, ich habe halt jetzt erst mal 10 Abonnenten oder so, jetzt wo ich das Video aufnehme, also ich bin ganz, ganz, ganz am Anfang. Ich weiß, es sind viele von euch dabei, die was das Video cool finden, oder die Videos cool finden, die ich so vom Haus gemacht habe, vom Hexenhaus, und ich würde mich echt richtig freuen, wenn es einfach auf dem Zweitkanal auch ein Abo da lässt, einfach, dass ich halt, ja, dass ich sehe, dass ich einfach einen treuen Fan-Club habe, der nicht nur Elektronik will. Hat aber alles in allem auch einen riesen Vorteil für die ganzen treuen EHAIO-Fans, die wegen der Elektronik hier sind und nicht, weil es mich cool finden. Na okay, es sind alle hier, weil ich einfach der coolste YouTuber bin, aber grundsätzlich mache ich ja auch die coolsten und besten Elektronik-Erklärvideos auf ganz YouTube. Und das wird jetzt auch wieder mehr werden. Ich werde also quasi hier auf diesem Kanal, auf EHAIO, wieder vermehrt Elektronik, Grundlagen, Schaltungstechnik, so das Ursprüngliche machen und auf dem Zweitkanal mit etwas weniger Qualitätsanspruch. Ich habe halt einfach immer diesen riesen Qualitätsanspruch und das ist das, was halt einfach mir immer das Knick bricht, weil ich will halt auch für meine Hausvideos, wenn sie auf dem EHAIO-Kanal sind, eine gute Qualität haben. Und das geht halt einfach nicht, weil das einfach viel zu viel Zeitaufwand ist. Ich muss ja im Haus auch was weiterbringen, wenn ich da fünfmal die Kamera anders hinstellen muss, weil ich dann den perfekten Winkel habe, wie ich ihn jetzt gerade aufnehmen will, dann dauert das alles viel zu lang, habe ich gemerkt. Also wir werden bei EHAIO die gewohnten, tollen, superschönen, qualitativ hochwertigen Elektronik-Videos, Grundlagenvideos, Lötvideos, was auch immer sehen. Und wir werden in dem neuen Kanal Projekt Hexenhaus einfach alle Videos vom Haus sehen. Ich werde jetzt auch die Videos, die hier auf EHAIO sind, nach und nach runter nehmen und beim Projekt Hexenhaus hochladen. Also da wird es am Anfang wahrscheinlich, außer das Intro und den Gartenrundgang, den ich jetzt dort schon live gestellt habe, also es gibt einen Gartenrundgang und es gibt einfach ein Intro-Video. Die sind neu, die kennt es noch nicht und ansonsten einfach mal rüberschauen, abonnieren, EHAIO sowieso abonnieren, habt ihr ja sowieso, sonst würdet ihr das Video eh nicht schauen, seid ihr alle brav und fleißig am Abonnieren. Ansonsten vielen Dank allen miteinander und wir sehen uns dann hier und auf dem neuen Kanal. Ciao.